Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Mass Effect und ähm, haben wir das letzte Mal mit ihm schon gesprochen? Sie sagen, Gasjäger bedrohen die Lebensschiffe der Quarianer? Feindliche Gasjäger sollen die Verteidigung der Lebensschiffe durchbrechen. Ihre Staffeln sind über einen Server auf Runoff vernetzt. Wenn die Lebensschiffe beschädigt werden, verlieren die Schöpfer Waffen, Vorräte, Leben. Also zerstören wir den Server? Nein, dann würden die Gasprogramme auf andere Server. Okay, das kennen wir irgendwo schon. Ach, ich glaube, die haben wirklich schon mit ihm gesprochen. Dann gibt es bestimmt hier neue X-Aktiv-Posten. Ne, da gibt es nichts Neues. Ich dachte, wer jetzt so geblinkt hat. Jetzt blinkt es auch nicht mehr. Da haben wir ja auch bestimmt mit ihr schon gesprochen. Ähm, ja. Da gibt es nichts Neues. Tali. Wir reden später. Auch nichts Neues. So. Dann sind wir, glaube ich, hier soweit fertig. Wir gehen noch einmal rund ums Schiffe. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Denn sonst wären wir ja hier schon, ähm, aus dem Raum draußen gewesen. Kommander, Kommander? Also gibt es wahrscheinlich auch nichts Neues auf dem Terminal? Nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Kommander? Hallo, Shepard. So. So. Ich glaube, das sind wir eigentlich schnell fertig mit den Crew-Gesprächen, wie es mir gerade vorkommt. Aber wir probieren es kurz aus. Ist ja nicht schlimm, wenn wir da schnell durch sind. Ich glaube, die Crew-Gespräche haben wir doch schon geführt. Ich glaube, wir haben, ich glaube, ich erinnere mich, dass wir, ähm, Liedchen gesucht haben und deswegen dorthin zurückgegangen sind. Also sind wir doch schon fertig. Ähm, dann schauen wir mal im Logbuch, ähm, wir haben natürlich jetzt einige, also ganz, ganz viele Nebenmissionen, wovon wir viele erst beenden können nach bestimmten Missionen, beziehungsweise, ähm, wenn wir zurück auf die Citadel kommen. Und, ähm, da würde ich jetzt ungerne hin, weil es ist aktuell mit Landurlaub verbunden. Ähm, ich würde sagen, wir verlassen dann mal kurz nochmal dieses. Und, wir haben hier jeweils noch, eben mehr Treibstoffreaktoren, hier haben wir ehemalige Cerberus-Wissenschaftler. Und, da fliegen wir ins Minus-Ödland. Erledigen die Mission mal zuerst. Hier haben wir 100% der Aktivposten. Ah, hat sich nichts geändert, also wir brauchen hier nicht mehr zu scannen. Wir haben einfach nur eine Mission hinzubekommen. Auf Galex. Und, ähm, Galex wurde von den Kroganern nach den Rachnikriegen, würde den Kroganern nach den Rachnikriegen überlassen, war aber während der Kroganischen Rebellion stark umkämpft und wurde von den Turianern zurückerobert. Damit blieb ihnen danach eine Welt auf der Basis linksdrehender Aminosäuren, die sie nicht selbst bewohnen konnten. Aber auch nicht aufgeben wollten. Und, was sie praktisch vergessen hat. Naja, dann landen wir dort mal. Und, wen holen wir hier mit? Hm. Holen wir mal Thalie mit. Und, hm. Das ist, glaube ich, eine normale Rüstung. Dann haben wir die Dame, dann holen wir die Dame jetzt. So. Dass wir auch mal alle Rüstungen durchhaben. Bis zum Schluss. Ich glaube, das schaffen wir gar nicht bei allen, aber mal schauen. So. Passt so. Automatischer Stufenaufstieg. Gerade bei Thalie nicht. Wie sieht's aus? Wie lange sitzen die Wissenschaftler hier schon fest? Steht nicht im Missionsauftrag. Sir, ich empfange Funkverkehr von Cerberus-Männern, die das Depot angreifen. Die die Wissenschaftler angreifen? Und so, wie es sich anhört, sind noch weitere Soldaten unterwegs. Setzen Sie uns ab und verschwinden Sie. Ich brauche diese Wissenschaftler lebend. Und so, wie ist es? Ich brauche Deckung. 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 Wie schlimm. Ich werde es überleben. Glaube ich. Hier ist Commander Shepard von der Allianz. Keine Feinde im Augenblick. Öffnen Sie die Tür. Ist Jacob da? Es ist okay, Brin. Oh mein Gott. Mir geht's gut. Aber die anderen sind tot. Was machen Sie denn hier? Ich soll diese Leute vor dem Unbekannten und seinen Kampfhunden beschützen. Sind Sie weg? Jetzt schon. Ob Sie kommen wieder. Sind Sie okay? Ja, das geht schon. Wenn Sie mich nochmal retten, bin ich Ihnen langsam beschuldig. Diesmal geht's aufs Haus. Hey, auch schön Sie zu sehen. Schön, dass Sie auf der richtigen Seite gelandet sind. Shepard. Das war nicht so spannend, Natali. Herr Dr. Brin Cole. Sie hat hier das Sagen. Was geht hier vor? Sie sollen zu Cerberus gehören. Wir sind Ex-Cerberus. Größtenteils Wissenschaftler. Zivilisten? Sagen wir Flüchtlinge. Wären wir nicht weggelaufen, wären wir jetzt tot. Warum will der Unbekannte Sie tüten? Unsere Geschichten haben in etwa dasselbe Thema. Wir haben mit Daten von der Kollektorenbasis an diversen Komponenten einer höheren Technologie gearbeitet. Sobald jemand mit seiner Komponente fertig war, ist er verschwunden. Keine Leiche. Nur verschwunden. Bei jedem Fortschritt dachten wir, wir würden gegenseitig unsere Todesurteile unterzeichnen. Der Unbekannte spaßt nicht. Was er nicht kontrollieren kann, vernichtet er. Dieser Braintrust muss ein herber Verlust für ihn sein. War doch klar, dass man sie finden würde. Wir sind eine ziemlich schlaue Gruppe. Wir hatten uns abgesichert. Aber der Unbekannte ist ein beharrlicher Mistkerl. Jetzt Evakuieren! Ja, ich muss nur die Flugabwehrgeschütze auf dem Dach wieder online kriegen. Cerberus stört sie. Ohne diese Geschütze bläst Cerberus unsere Rettungshuttles einfach vom Himmel. Könnte am Netzwerklink liegen. Ich check das. Wir treffen uns oben. Jemand sollte sich diese Wunde ansehen, Jacko. Ja, ja. Das wird schon. Ich muss nach meinen Leuten sehen, Commander. Kommen Sie rauf, sobald Sie können. Ja. Sie kennen diesen Jacko? War der auch bei Cerberus? Er hat mir geholfen, die Kollektoren aufzuhalten. Ihr Partner war tapfer. Er würde nicht wollen, dass Sie so zusammenbrechen. Er hat recht. Wir bringen Sie lebend hier raus. Das verspreche ich. So. Und weiter geht's. Kommando Shepard, Dr. Gavin Archer, wir haben uns beim Projekt Overlord kennengelernt. So kann man das auch sagen. Als Sie meinen Bruder zur Grissom Akademie gebracht hatten, habe ich versucht, das alles hinter mir zu lassen. Sie bringen nicht zufällig Neuigkeiten von dort. Ich habe Gerüchte gehört, dass die Akademie Probleme hat. Ich war in der Grissom Akademie. Cerberus wollte die Studenten entführen, aber David geht es gut. Oh, Gott sei Dank, Commander. Sie ahnen nicht, was das für mich bedeutet. Etwas spät, um sich Sorgen über seine Sicherheit zu machen. Das habe ich immer schon. Sie halten mich für ein Monster, und damit haben Sie auch recht. Es vergeht kein Tag, ohne dass mich in meinen Träumen verfolgt, was ich David angetan habe. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass er mir eines Tages verzeiht. Was machen Sie hier? Ich bin zu weit vom Weg abgewichen. Das war meine einzige Zuflucht. Der Junge wollte ich als Wissenschaftler in die Geschichte eingehen, der der Welt etwas Gutes getan hat, eine Krankheit geheilt oder ein neues Element entdeckt. Nicht als Monster, das seinen eigenen Bruder gefoltert hat. Was sagten Sie zum Unbekannten? Ich sagte, wenn er mit dem Teufel zusammenarbeiten wolle, müsse er nur in den Spiegel schauen. Ich wollte raus aus diesem Albtraum. Er hat Sie gehen lassen? Wenn es so gewesen wäre, würde ich mich nicht hier verstecken. Jeder Cerberus-Soldat in der Galaxie hat Befehl, mich ohne Vorwarnung zu erschießen. Was ist mit Projekt Overlord geschehen? Der Unbekannte bestand nach ihrer Intervention darauf, dass ich eine neue Versuchsperson finde, die über dieselben Fähigkeiten verfügt wie mein Bruder David. Ich ertrug den Gedanken nicht, diesen Albtraum noch einmal zu erleben, also zerstörte ich meine gesamte Forschungseinrichtung. Overlord gibt es nicht mehr. Ich muss gehen, und ich werde nicht so tun, als hätte ich mich gefreut, Sie wiederzusehen. Das verstehe ich. Aber Commander, vielen Dank, dass Sie David gerettet haben. Beide Male. Ja, Commander? Ähm. Guten Tag, Commander. Ja. Ich meine, jeder hat eine zweite Chance verdient. Private Nachricht von Horatio. An Bryn. Bryn. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ich konnte einen Anblick auf die Forschung der anderen werfen. Und mir bietet sich ein Blick auf das Gesamtbild, der alles übersteigt, was wir uns hätten vorstellen können. Nicht unseren schlimmsten Albträumen. Ich werde anfangen, meine Arbeit selbst zu sabotieren. So schlimm ist es. Wir müssen so schnell wie möglich darüber reden. H. Ähm, ne, brauchen wir aktuell nix. Die Tanks der Stockholzfälle sollen ihre eigenen Kisten packen. Ich brauche sie hier oben. Seien Sie nicht so. Die sind nur zu zweit. Das dauert höchstens eine Minute. So. Die Proben vom Projekt Mia müssen mit dem zweiten Shuttle rausgehen. Ich habe schon eine Kiste fallen lassen, weil meine Hände so stark gezittert haben. Wir werden es schaffen. Wie ist der Status der Geschütze? Ist noch nicht so weit. Meine besten Leute arbeiten daran. Wie viele Wissenschaftler sind hier? 43 plus Forschungsassistenten. Wie haben Sie so viele Leute unbemerkt rausgebracht? Wer um sein Leben fürchtet, ist zu vielem imstande. Brim, ich kann die Komponenten für die genetische Verstärkung unmöglich rechtzeitig abbauen. Tut mir leid, Doktor. Die Arbeit ist wichtig, aber Sie müssen sich um Ihre Familie kümmern. Moment, hier gibt's Familien? Kinder? Sie machen wohl Witze. Die haben also Ihre Angehörigen mitgebracht? Ja. Wir haben hier 17 Kinder. Partner, Ehepaare, Eltern. Ich habe diesen Leuten eine Zuflucht versprochen. Ein neues Leben ohne Cerberus. Ich hatte nur nie gedacht, dass der Unbekannte... Darauf baut das Böse, dass die Guten sich's nicht vorstellen können. Okay. Alle, die noch da sind, kommen hier lebend raus. Es steht viel auf dem Spiel. Diese Flucht muss präzise durchgefüllt werden. Ich hatte gehofft. Wir haben alles versucht, um das hier zu vermeiden. Wie sieht's aus? Weiß nicht. Von hier kann ich's nicht reparieren. Ich geh aufs Dach. Da ist geider ein Cerberus Shuttle gelandet. Sind Sie dabei? Aber Logo. Sie sind verletzt, Jacob. Ich kümmere mich um die Geschütze. Niemals. Das sind meine Leute. Ich gehe. Nach einer geglückten Selbstmordmission kriegen Sie nicht gleich eine zweite. Okay. Ich lotse Sie von hier aus durch. Cerberus stört wahrscheinlich den Satellitenlink. Sagen Sie, wenn Sie die Steuerung gefunden haben, dann gebe ich Ihnen den Code. Alles klar. Evakuierung im Gammel. Bleiben Sie bitte nach dem Einschicken in der Schattel-Ladenzone. Persönliche Log Sprint Call. Wir konnten mit Jacob's Hilfe bestätigen, dass mehrere unserer Kollegen in Wirklichkeit ermordet wurden. Vortrag, Vertrag aufgehoben, heißt es. Das heißt das bei Cerberus. Markeda, Scott, Daniel, Junhei, Annika und viele andere, von denen ich nicht einmal wusste. Sie sind alle fort, spurlos verschwunden. Einfach so. Wir hätten früher gehen sollen. Ich weiß gar nicht, warum wir so lange gewartet haben. Und ich erinnere mich nicht daran, was so wichtig schien, auch nur einen Tag länger zu bleiben. Das habe ich mir nur dabei gedacht. Hm, okay. Okay. Persönliche Logs. Demina Seng... Sengu... Senguptor. Wir versuchen herauszufinden, wofür das Endprodukt unserer Forschung eigentlich gedacht war. Es ist zwar offensichtlich, dass das Übertragungssystem neurologische Anwendungen bei Implantaten erfüllen sollte, aber viele Fragen sind nach wie vor unbeantwortet. Insbesondere der Verlust von Dr. Horatio Armstrong behindert unsere Bemühungen, die Ziele des Unbekannten zu rekonstruieren. Wir haben mehrere Teile eines Ganzen, die beängstigende Schlussfolgerungen nahe legen, aber wir sind weit davon entfernt, das Ganze genau erfassen zu können. Und das macht mir am meisten Angst. Ich mach das schon. Ich sollsere alles und treffe Sie dann in der Shuttleboot. Ich will nicht sterben. Gehen Sie, gehen Sie einfach. Diese Leute wollten sich nur verstecken. Sie hatten keinen Plan und damit auch keine Chance. Diese Wissenschaftler waren so jung, für Cerberus zu arbeiten. Ich glaube, hier geht's nachher hoch. Was nicht, speichern wir hier gerade mal kurz ab. Schauen Sie uns das Ganze einfach nochmal an. Und hier haben wir nochmal ein Pad. Hey, sind Sie okay? Wie war's denn? Warten Sie kurz. Verrückt. Ich hätte nicht gedacht, Sie je wieder zu sehen. Das Gefühl kenne ich. Wie sind Sie zum Söldner geworden? Lange Geschichte. Ein Angebot von Leuten, die mir was bedeuten. Ich konnte nicht ablehnen. Es scheint Ihnen gut zu gehen. Es sind tolle Leute. Sie kämpfen für ihre Ideale. Das mag ich. Ich hab meinen Platz im Leben gefunden. Denken Sie noch dran, was Ihrem Vater passiert ist? Es verfolgt mich eher. Wie lange kennen Sie, Brent? Wir trafen uns über einen gemeinsamen Freund in der Mumbai-Zelle. Ist ein Jahr her. Hatten viel gemeinsam. Dann kamen Sie wegen Ihrer vermissten Kollegen zu mir. Wollte meinen Schutz, meine Hilfe, eine Zuflucht finden. Konnte ich Nein sagen? Was ist sie für Sie? Wir sind zusammen. Sie leiten zusammen diese Enklade. Werden Sie sesshaft, Jacob? Ja. Vielleicht. Es ist nur... Wenn das unsere letzten Tage sind, möchte ich bis zum Schluss diese Leute schützen. Ein Leben aufbauen, was immer davon übrig ist. Was ist passiert, Jacob? Warum arbeiten Sie an einem Ort wie diesem? Nach unserer Rückkehr... Naja, wenn man eine Selbstmordmission überlebt, sieht vieles anders aus. Ich hab Cerberus verlassen, alles aufgegeben und war eine Weile am Mittelmeer. Hab sie aus den Augen verloren. Und was haben Sie beim Meditieren an der frischen Luft gelernt? Dass ich nur für Dinge kämpfen sollte, die mir etwas bedeuten, die mir am Herzen liegen. Wir könnten sie brauchen. Verlocken, Shepard, aber es gefällt mir, wo ich bin. Ich bin wichtig für diese Leute. Ich will ein Leben. Ich will eine Familie. Alles klar, versteh schon. Nein, Shepard, die Normandy ist Ihre wahre Liebe. Manchmal möchte ich Sie schon gern zum Teufel schicken. Nein. Nein, das können Sie nicht. Gibt's was über Cerberus, das ich wissen sollte? Der Unbekannte war besessen von der Indoktrination. Das ist klar. Haben Sie sich je gefragt, was da schief ging? War ich so blind? Ich hielt ihn für einen Idealisten. Warum konnte ich das Böse nicht sehen? Werfen Sie sich nichts vor. Und wenn Sie die Christallkugel zum Laufen bringen? Sagen Sie Bescheid. Ich möchte gern wissen, wie es hier ausgeht. Mach ich. Was ich tun muss, ist die Leute hier rauszubringen. Stimmt. Gehen wir es an. Ah, okay. Da war es jetzt tatsächlich der Weg raus. Und, ähm... Und im Endeffekt war es ja dann gut, dass wir hier noch nicht hochgegangen waren. So konnte er nämlich noch mit J-Cop reden und ein paar Informationen darüber holen, was in der Zwischenzeit passiert ist. So. Gucken wir mal, ob es die Waffe wert ist. Nö. Ist es nicht. Weder in der Kapazität noch im Schaden. Feinde vor uns. Halt auf den Garten! 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 Ach, wo ist der Satellitenturm? Ist da hinten ja was? Nö. Ja. Ja. Jacob, die Schüssel müssen jetzt wieder online sein. Korrekt, aber die Geschütze sind es immer noch nicht. Sie müssen sie manuell aktivieren. Gehen Sie zurück zur Vorderseite der Anlage. Sabra setzt weiteren Dumpen ab. Soh Hm Du willst wie wir hier hochkommen Hä Wie kommen wir denn hier hoch Ernst gemeinte Frage Ist das blind Ah Achtung F NP Wir sollten sie erwischen bevor sie landen Das war's für mich. Komm schon! wir müssen ihn von dem geschütz weg holen vorrücken unten bleiben und deckung suchen hm wir müssen darauf und die flugabwehr geschütze manuell aktivieren die leute erstmal abgebrochen so 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 Gibt's hier noch irgendwas zu mitnehmen? Hier nicht mehr? Perfekt, da haben wir zum Beispiel das doch schon mal gefunden. Also schon wieder eine Nebenmission zum Abhaken. Ist sonst noch etwas? Wie ist Ihre Beziehung zu Jacob? Wir haben viel erlebt. Ein alter Kollege von ihm hat uns vorgestellt. Durch Jacobs Augen habe ich erkannt, was aus dem Unbekannten geworden ist. Ich war so in meine Arbeit verliebt, dass ich das Offensichtliche nicht sehen wollte. Mein Geldgeber war korrupt. Verstehe. Darum ist es auch wichtig, sich mit guten Menschen zu umgeben. Ich weiß nicht, was wir ohne ihn getan hätten. Ähm... Was war eigentlich Ihr Job bei Cerberus? Ich war Physikerin, bis der Unbekannte sich auf die Kollektoren fixiert hat. Es war ein Paradies für Forscher. Ich hatte die modernste Technik und so viel Personal, wie ich brauchte. Für technische Perfektion ist dem Unbekannten nichts zu teuer. Diese Perfektion hat mich schon ein paar Mal fast umgebracht. Und ihr Leben gerettet. Komisch daran zu denken, nehme ich an. Mag sein. Andererseits, das Leben steckt voller Ironie. Für jeden, oder nicht? Ähm... Wie sind Sie entkommen? Ich war eine loyale, langjährige Angestellte mit Freiheiten. Als der vierte Kollege verschwand, kamen wir zusammen und waren wenige Tage später weg. Und bisher hat Cerberus nie vermutet, dass Sie direkt vor seiner Nase sitzen. Wir dachten wirklich, wir hätten alles bedacht. Wie dem Dicken. Welche Arbeit von denen will Cerberus unbedingt haben? Sie basiert auf Tech von den Kollektoren. Im Grunde geht es um die Kommunikation von Reaper zu Kollektor. Dr. Horace Armstrong und ich arbeiteten an einer Praxisanwendung, einer Art Implantat. Kaum hatte er seine Komponente fertiggestellt und arbeitete an etwas anderem, verschwand er. Was war eigentlich Ihr Job? Ich war Physiker, betechnisch und ihr Leben komisch daran zu sein. Mag sein. Andererseits, das Leben steckt voller Ironie. Ähm... Oder nicht? Ah. Sie haben diese Leute in ernsthaft die Gefahr gebracht. Sie wollten es so. Die Wissenschaft darf sich niemals der Tyrannei beugen. Wir sind nicht geflohen, um uns zu verstecken, sondern um ein neues Leben aufzubauen und ungestört arbeiten zu können. Liebe, Familie, das alles gehört auch jetzt dazu. Wofür sollten wir sonst kämpfen? Ähm, ja, soweit. Okay, der Rest können wir... Andererseits, das Leben... Danke, Dr. Kohl, dann lasse ich Sie mal weiter. Nochmals danke für alles, was Sie für uns tun. Ähm, ich schaue noch einmal im unteren Stockwerk nach, dann sind wir auch soweit fertig und können mit der Evakuierung hier beginnen. Okay, da kommen wir nicht raus, also sind wir fertig hier. Ähm, die Logs haben wir gelesen. Jawohl. Evakuierung eingeleitet. Evakuierung eingeleitet. Bereithalten für Shuttle-Start. Schießen Sie ein Loch und dann starten Sie Shuttle 1. Shuttle 1, gestartet. Alle hier begeben sich zur Shuttle-Bucht und... Selbstmordpilot hat ein Geschütz zerstört. Servers-Truppen sind... Okay, wir sind doch nicht fertig hier. Aber mit diesem Cliffhanger beenden wir die Folge und sehen uns dann nächste Woche wieder zu einer weiteren Folge Let's Play Mass Effect 3. Macht's gut, bis dahin.